schwarz clown verfolger brauchen wir nur die verfolger ach ich denke mal sind diese drei punkte auf der karte wieder mittendrück ja da kommt freude auf hallo Oh ja, die haben wir ja jetzt existiert. Cool, ne? Das ist eigentlich relativ frei, dass ich vor mir sehe. Nein, das existiert nicht. Okay. Das solltest du aber auch nicht sein. Ja, stimmt. Ja, diese Halluzination, ne? Ja. Das wäre schon wahnsinnig. So, Späziewachen. Das ist so schlimm. Aber dann könnte der Fall machen, aber nicht so schlimm. Keine Kamp Financials. Keine Kamp видео. Das war Slam. Jaja, doch. Ich bin 20. Aaaaah! Du sollst uns so'n bisschen Kino rein? Natürlich! Was brauchen wir? Verfolger! Machen wir alle noch mal schlachten. Vielleicht hat die ja was tolles. Komm her! Klampe! So musst du das machen. Ich krieg gleich der raus. Ich krieg auch noch eine. Vielleicht noch eine mehr. 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 Weiß ich. Ich kann nicht ganz gut das so schicken. So. Ach, das ist so. Oh mein Gott. Ohhhhhhhhhh. 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 Magiefer stärker. Ach so. Ja, aber sonst ist das auch alles. Ohhhhhhh. Das wäre ich irgendwie doch ein bisschen schade. Das wäre sehr schade. So. Verfolger. Wo wir stehen denn hier Verfolger? Wo wir stehen? Oh, da oben. Ach, sind sie so fiescher? Mit den.. Ohja. Verrẻ. Ohhhhhhh. Guck mal. Das ist wahrscheinlich von Teilen das angebogen. Oh Gott, dann kriegen wir es beide, ey. Das wär's ja. Das wär a little bit hardcore. Stürme, 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 spätzi. Spätzi, spätzi, spätzi. Spätzi, spätzi. Das Ende wird mehr, spätzi. Hm. Spezialaufspürer, stürme, stürme. Der Glitch Master 3000.02146. Bist du jetzt da runtergegangen? Okay. Runtergerutscht leider. Abrichter ist da. Abrichter. Ja, den brauchen wir nicht. Aber der sieht komisch aus, den haben wir nicht tot. Und schwupp, schon ist sie da vorne. Äh, die? Jawohl. Hast du doch gerade die Aqua abgenommen? Die Aqua ja, was ist da? Wieso das jetzt? Hast du die Tuse bekommen? Wieso das jetzt? Ja, das ist ja niemand. Ja, echt mal. Ich glaub, da, wo wir laufen, gibt's keine mehr, laut Karte. Ja, jetzt. Aber wir müssen dann irgendwie mal da hoch. Wie kommen wir denn da jetzt auf diesem Weg hier? Na hier, ne? Oder? Oder? Ja. Nein. Okay, nicht ganz. Dann müssen wir mal... Ach, nicht von da drüben. Okay. Ja, Leute, das ist... Das könnt ihr mal sehen, ja, was man alles für ein bisschen China macht. Wobei 30.000 China ja nicht grad wenig sind. Bis 23.000. Sind einfach zumindest. Meine ich ja. Deswegen. Ey, das ist Frau Volker. Frau Volker. Ah, bin gut. Ah, bin gut. Alles Volker. Alles safe. Wie bei mir mit meinem... Ding. Oh, mit meinem... Clubby. Alles safe. So ist nicht so viel, aber sie sitzt, was ich noch nicht kriege. Alles safe. 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 Was das auch ziemlich ranzig wär. Ja. Wenn die Viecher das nicht immer fallen lassen würden. Oh. Ja, die... Das hab ich schon gleich gesagt, ne? Die sind schon so wenig... Die sind schon so wenig da. Deswegen, das wär übelst. Fuck yes, 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 yes. Hallo, ey. Okay. Jetzt hinter den vor... Okay. Ja. Was hast du vor? Schade. Ich hab gedacht, an dem konnte ich auch noch mal frei, aber... Ich hab gedacht, an dem konnte ich auch noch frei, aber... Ich hab nicht auf der Fall, wo ich schon wieder kenne. Ich hab nicht auf der Fall, wo ich schon wieder kenne. Heuerkettner, einfach mal kurz ... Ja, und Präzision. Krieg's auch mal nach schnell. So, jetzt mal. Mal kurz alle ranziehen und die abladen. das wäre doch so assi wenn du das jetzt machen wirst ich weiß, wenn du dann so selbst drauf gehst, aber ich glaube das wird ja du hättest verständlich da nur Spaß dran ich muss mich dann wieder aufregen wie so ein Knecht muss ich machen um meine Gitarre zuhören ja weil der Aufspürer noch auf dich nicht gegangen ist warum stürmst du aber direkt gleich mal vor ich hab dir nicht gesehen ja super jetzt bin ich hier alleine du kannst doch ruhig mal warten mann ich warte hier auf dich das stimmt in der Zeit habe ich meine wahrscheinlich nicht stimmen ich brauche wiederbelebnis naja aber ich meine Fertigkeit wenn man dich dich wiederbeleben kann das wäre zumindest super praktisch müsste ich ja demnächst eigentlich auch mal bekommen eigentlich ja leute weiter sie haben sich nicht mehr gesteckt haben die Kettendingster was ich jetzt sagen das sieht auch nicht schlecht aus das sieht alles so viel besser aus ja warum ja mann oh mann ja 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 das stimmt siehst du das gefällt dir doch ich hab mir die Leber gezerrt ja einfach das stimmt ne weiß ich nicht ja vielleicht besser oder ich versuche es noch dabei zu schleichen aber das geht natürlich nicht ist klar ja 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 dann werde ich sehr viel mit ausweichern arbeiten müssen ok erstes tot wenn ich ja 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 das ist doch so, aber jetzt bitte scherz ich hab dich gern gehalten danke, dass ich das ganze Zeug gemacht meine Periode ich muss sagen, deine Periode juckt, das ist ja ein bisschen hart ja, weil ich ja vor allem schon wieder abgeht ja, das wär so das nächste gewesen, so warum ist der Verfall gehabt, los verfolgen verfolgen ich lerne das ist kein gültiges Ziel das ist kein gültiges Ziel okay ne böse Schwarz erst mal piepen was dagegen wer weiß ja ich ich warum verbrauchst du auch so viel Mana, ey ja, das kann doch von immer sein in der Raserei 1 die ganze Zeit den Ball an hat aber ich warum hast die auch nebenbei die ganze Zeit an um schneller zu sein als du ja weißt du lass ich dich in Zukunft sterben äh Alter äh äh dammit äh 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 abfangen nicht hinrennen und rein stören Pfff meine 1 zuckt aber schon so vor allem fangen wir ab schön, dass er blöd stehen bleibt okay, jetzt stehen sie ja natürlich erst mal 3 Jahre, wenn man um sie wartet so, dann nehmen wir uns erst die Spezialwaffe vor komm, seh mich komm mit naja ja, jetzt bewegt sie sich so das ist halt ne Tung, ne wenn wir uns wieder innen zack innen im im in im 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 Attacke! Ach komm! Das war's, das war's, das war's Das ist so cool! Oh Mann, ey. Das macht's nicht so gut. Oh man. Das macht's nicht so gut. Das macht's nicht so gut. Oh man. Oh man. Das ist so gut. Oh man. Und das ist so gut. Sag ich was hier anzugrenzen. Das ist voll 10 okay. Na ja, wird doch langsam. Guck mal. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Wie? Ist besser. Ich weiß. Mir klingt es jetzt noch ein bisschen süßer als bei dir. Ja, ja, hab ich trotzdem gehört. So, die andere Verfolger ist schon wieder da. Wir müssen einfach nur hin und her laufen. Ich sehe mich gleich auf, stimmt. Nee, das finde ich witzig und die Zuschauer sicherlich auch. Segregero! Ich hasse dich. Oh, ich hasse dich. All die Verstärker. Ich versuche meine Schausse nehmen. Ja, ich lasse es. So, jetzt müssen die in der Mitte hier wieder auftauchen. Ich find's super. Ja, super dich. Ach, ja, ja, ja. Nein, mein Schatz. Ich hör auch auf, okay? Versprochen. Ich hab jetzt ernsthaft beide Füße gesnayt. Wer sich stumm stellt, der braucht noch nicht Blut rein. Ach so, ich muss einen Schreckleiterns gehen. Boah, so hast du jetzt auch nicht gemeint, oder? Ja, du willst dich die ganze Zeit lang, wenn du dich noch auf hast. Ach ja, wenn du so auf denis Rohleder stehst, dann bitte. Dann überlasse ich dir gerne denis dünner Rohleder. Segregero! Da, 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 da. Und dann guck mal, an die hier wieder da sind. Ah. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020